Er muss weg. Jawohl, Bogenschießen, ein Sport für die ganze Familie. Ich bin doch nicht ins Internet. Nein, du kommst nicht ins Internet. Ja, klar. Ich bin ins Internet der Wut. Lande es bloß bei YouTube. Auch für Kinder und sportlich, sag ich mal, vielleicht nicht so begabte Menschen geeignet. Und mit schwach genügend Bögen haben auch Kinder ihren Spaß. Und dann kann man das alles langsam steigern. Meine Bekannte hier, die schießen heute auch zum ersten Mal. Wollten das noch ein bisschen probieren. Und ja, wenn ich da so zuschaue, Marco könnte hier locker noch 10 Pfund mehr verhaken auf dem Bogen. Sehr schön. Gut für Kinder. Lernen ein bisschen Disziplin, aufpassen. Konzentration. Also den Schwarz muss ich noch halten. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Ich kann jetzt nicht schießen. Ich kann nicht den schießen. Ich schiebe zu weit runter. Jawohl, sieht doch gut aus, okay? Alle fertig? Jawohl, alle fertig, dann zusammen Pfeile holen. Sicherheit geht vor. Also, ich habe kein Tier gebrochen. Doch, ich habe ein Tier gebrochen. Doch, ich habe ein Tier gebrochen. Doch, ich habe ein Tier gebrochen. Nein. Ich habe die Scheibe voll zerstört. Bitte schieben nicht auf die Scheibe, dann ist mein Vater hier. Wenn du auf den, ja, Zielscheit, der schießt, die offen ist, der hat... Du sollst nicht so viel quatschen, ey. Der ist nur aufgeregt. Naja, das macht natürlich auch Spaß. Ja, der ist aufgeregt. Ja, gut, meditatives Bogenschießen haben wir heute hier nicht. Das Spaß soll erstmal im Vordergrund stehen. Präzision kommt später. Was? Ist dir zu anstrengend? Hey, ich betreibe die Sportart seit Jahren und du kannst mir glauben, es ist nicht anstrengend. Außer du wirst im Wald ständig zum Pfeile holen verdonnert. Nein, das ist ein ganz toller Sport. Welche Distanz ist das jetzt? Das da sind, glaube ich, bloß so 12, 13 Meter. Aber wir können draußen auf der Wiese bis 45 Meter nebendran schießen. Wenn wir auf 10 Meter alles treffen, dann gehen wir rüber auf 20 Meter. Und bis dorthin schießen wir auf 10 Meter. Ja, Pfeilspitze zeigt immer Richtung Ziel. Ziel! Ja, getroffen! Ja, Alter ist los. Jawohl, der Waschbär hat ausgewaschen. Ja, ey, ich habe voll in die Kehle geschossen. Da kannst du dir jetzt eine Waschbärenmütze draus machen. Ja! Okay, Pfeile holen. Sehr gut. Ja. Ein Sport für die ganze Familie. Wunderbar. Kommt nach Eisenbach ins Bogensporthotel. Und nehmt ne Trainingsstunde mit viel Spaß. Ja, guck mal, voll unter die Zauber. Wenn ich euch die Tiere treffe, gehe ich da runter. Na also, erster Schuss gleich treffen. Ja. Ist ja gar nicht so schwer. Ich schieße 10 Mal den Schlag hier. Und dann hast du ein Level zum Start. Oh, das war Holz. Da kann ich dir gleich demonstrieren, wieso man beim Bogenschießen nicht mehr ein Messer braucht. Ja, also. Nächster Schusstreffer. Oh, das sieht so kutig aus. Trifft ein Tier, trifft ein Tier, trifft ein Tier, fast ein Schwanzerfahrt! Erik! Weeeey! Ich geh ja trotzdem drüber, Mama! Ja, also!